einen fantastischen guten tag liebe zuschauer herzlich willkommen schön dass sie wieder eingeschaltet haben zur höppi show wir haben heute ein absolutes mega bombenknaller produkt für sie ein boxspringbett baron und das stelle ich ihnen heute vor mit der sandra ja ich freue mich dieses boxspringbett baron bekommen sie für 799 euro und da können sie googeln sie werden so günstig kein bett finden mit den ganzen highlights ja was gibt es denn für highlights und zwar wir haben unten die box da ist ein bonell federkern drin und oben drüber ist die sieben zonen tonnentaschen federkern matratze und als abschluss der klasse schaum topper okay jetzt kenne ich mich natürlich auch schon mittlerweile so ein bisschen aus und ich weiß dass ein tonnentaschen federkern gerade für die sieben zonen besonders hochwertig ist warum sandra also was stützt da alles und was sind da die vorteile na die sieben zonen haben wir von oben nach unten und von unten nach oben drin es ist halt einfach punktelastisch für den rücken lendenwirbelbereich für den nackenwirbel genau okay und den schaum topper wofür ist sehr gut und was sind da die vorteile einfach noch mal das wohlbefinden für den rücken und ein vorteil ist natürlich auch dass der bezug abnehmbar ist und waschbar bei 60 grad speziell für die allergiker die farbe ist superschön die wir haben finde ich das ist so ein grau und sie sehen einmal im cocktail sind die nähte abgesteppt und hier unten im fußteil auch das findet sich also wieder also so ein richtig schönes im gesamtkonzept so und sandra du hast uns ja auch ein paar stockmuster mitgebracht was haben wir denn für farben ja ich würde sagen es ist für jeden was dabei also wir haben das grau was wir hier auch gerade präsentieren dann ein schönes beige so eine erdtöne und dann natürlich etwas dunkleres in einem schönen anthrazit immer so bequem ist es auch ich ja hier einmal ganz schnell nach hinten musste bequem also kann ich mir vorstellen so sonntag früh hat sie bringt kaffee ins bett man kann hier schön schillaxen den ganzen tag also es liegt sich wirklich sehr bequem man hat einen guten halt aber es ist trotzdem irgendwie kuschelig wir haben noch vergessen über die breiten oder über die größen zu sprechen in welchen ausführungen gibt es denn warum also das baron gibt es in 1 meter 60 und 1 meter 80 so wie wir es jetzt hier gerade sehen so dann gibt es bei den matratzen auch unterschiedliche härtegrade h2 h3 was kann ich mir denn hier beim box springbett baron zusammenstellen also in dem baron haben wir jetzt eine 2 und eine 3 drin das ist immer standard wir können aber natürlich auch eine 2 und mit 2 reinbauen und eine 3 und eine 3 und sandra hat mir verraten es gibt noch was on top unser highlight ist unser bettkasten ja auf jeden fall haben sie richtig viel platz und es ist durchlüftet genau wollte ich gerade sagen wir haben belüftungslöcher was sehr gut ist die meisten haben eine fußbodenheizung es muss zirkulieren es darf nicht stocken keine stocknässe entstehen schimmel was gerne auch mal passiert deswegen die belüftungslöcher genau wir haben eine gasdruckfeder deswegen lässt sich das relativ einfach öffnen und unten ist die box also der bettkasten hier hattest du gesagt dass der bonnet genau richtig und hier ist die sieben zonen tonnen taschen federkern matratze und jeder topper da können wir das noch mal im aufbau sehen topper schön dick lauschig sieht man den reißverschluss normal super ich habe ja nicht nur einen bettkasten ich habe genau zwei und da passt wahrscheinlich genauso viel rein wie hier dasselbe prinzip genau auch wieder die belüftungslöcher die gasdruckfeder deswegen geht das relativ einfach da würde ich sagen klappen wir es wieder runter und fassen für unsere zuschauer noch mal alles zusammen also wir haben hier das boxspringbett baron in den ausführungen 1 60 x 2 meter und 1 80 x 2 meter genau wir haben einen hochwertigen bonnet federkern unten als basis dann kommt der 7 zonen tonnen taschen federkern und und wie du gerade gezeigt hast die zwei wirklich tollen bettkästen sehr sehr klasse super viel rein fünf stoff varianten und das alles gibt es für klasse 799 euro genau so liebe zuschauer und sie können das boxspringbett baron natürlich wie immer bei uns über die hotline bestellen oder sie gehen ins internet www.hoeffner.de da können sie sich das bett natürlich auch zurecht konfigurieren oder sie kommen einfach vorbei bei den hoeffner möbelhäusern und dann treffen sie vielleicht sandra du bist in berlin waltersdorf genau genau du kannst verraten du kannst scannen was brauchen die welchen härtegrad und so weiter und das macht natürlich auch sehr viel spaß gerne kommen sie vorbei jederzeit prima sandra dann dir ganz herzlichen dank dass du heute da war sehr nett danke wir bedanken uns bei ihnen dass sie eingeschaltet haben und haben sie einen fantastischen tag bis dann tschüss